Ganz herzlich willkommen. Gleich drei Awardverleihungen auf einmal. Und auch hier lassen wir keine Zeit verstreichen, sondern starten sofort. Und dieses Award geht an Bella Italia. Congratulations to ABB Italia. Ich bin sehr stolz, ehrlich zu sein. Es ist ein großer Glück, heute hier zu sein. Es ist ein Team, die wirklich viel Zeit, viel Effort und viel Exzellenz zusammengebracht haben, um dieses Award zu bekommen, das ist, ich würde sagen, der richtige Preis für all die Effort sie haben für dieses Unbeatable Produkt gemacht. Several innovations caught die Jury's attention. This inverter takes the next step in reducing electrical losses in large PV systems. The solution is a cost-effective and modular structure that can be steered via wireless Internet access, all while delivering top performance on core inverter functions. The Jury was also impressed by the high power density. re Houston Elektronis die jEsbäge auch voll Abison W Whoa W He Untertitelung des ZDF, 2020